Hättet ihr lieber 100 Elefanten in Hühnergröße oder ein Huhn in Elefantengröße? Ich kenne diese verzweifelten ersten Tinder-Nachrichten, die Männer schicken. So ein Mann, der 100 Mal high wie geht's versucht hat und keine Antwort bekommen hat und dachte so, jetzt habe ich das mit den Elefanten. Nächste Woche bin ich verheiratet.